Es ist Kalenderwoche 39, kurz vor der Ignite 2020. Schauen wir uns an, was Microsoft 365 diese Woche Neues bringt. Moin und herzlich willkommen bei Dignet. Ich bin Andreas und wir starten direkt durch. Microsoft schaltet die Authentifizierung per ID.CRL ab. Das ist eine Authentifizierungskomponente, die klassischerweise verwendet wurde in Office 365. Man konnte diese Authentifizierungsmethode alternativ zur modernen Authentifizierung jetzt eine lange Zeit noch verwenden, aber nun wird es abgeschaltet und zwar clientseitig. Das heißt also, Office 365 ProPlus wird diese Authentifizierung nicht mehr unterstützen. Falls ihr also den Registry Key Enable ADAL auf 0 gesetzt habt, dann müsst ihr jetzt mal schauen, warum ihr den ursprünglich gesetzt habt und ob die Probleme mittlerweile anderweitig lösbar sind. Im Übrigen Exchange, also Outlook, ist davon noch nicht betroffen. Da kann der Key noch weiter funktionieren. Falls ihr mit eurem globalen Administrator eines Microsoft 365 Tenants tagtäglich Outlook verwendet, dann will ich euch empfehlen, macht das nicht, sondern benutzt einfach getrennte Konten. Ansonsten, falls ihr das macht und ihr in der letzten Zeit davon genervt seid, dass ihr da immer wieder Benachrichtigungen über irgendwelche Inzidenz bekommt, so wie das hier im Screenshot ungefähr, dann könnt ihr das zukünftig abschalten und dort keine derartigen Benachrichtigungen mehr erhalten. Roaming-Signaturen für Outlook für Windows sollte jetzt ja langsam kommen. Verzögert sich jetzt auch noch, hatten wir ja auch schon in den letzten Wochen, dass Microsoft da so ein bisschen auf die Bremse tritt und ein paar Features zurückhält. Und der neue Plan ist jetzt, dass das Feature im Oktober auf allen Clients ausgerollt wird. Wenn ihr die Microsoft 365 Apps im Targeted Channel ausführt, dann solltet ihr das Update mit den Roaming-Signaturen noch im September bekommen. Kleines Update für Umgebungen, in denen die Benutzeridentitäten synchronisiert werden per Azure AD Connect von der lokalen Umgebung in die Cloud. Und zwar wird es dort zukünftig nicht mehr erlaubt sein, Mobile Phone, also die Handynummer, das Attribut des Benutzers in der Cloud zu bearbeiten. Wenn also da Änderungen an dem Attribut erfolgen sollen, dann muss diese Änderung in der On-Premise-Umgebung, also an der Quelle, da wo das Benutzerobjekt herkommt, getätigt werden. Grundsätzlich ist das ja auch schon bei anderen Attributen so. Das wird jetzt einfach nur nachgezogen, weil das ansonsten durch die Synchronisierung von On-Prem zur Cloud natürlich ständig wieder überschrieben werden könnte. Die Microsoft Authenticator App soll ja zukünftig automatisch gesperrt sein. Also zusätzlich noch mit Fingerabdruck oder PIN muss sie dann entsperrt werden, damit man da die Multi-Faktor-Authentifizierung durchführen kann. Und für iOS ist das mittlerweile ausgerollt. Und für Android verzögert sich das so ein bisschen. Ursprünglich war geplant, dass das jetzt früher passieren sollte. Wird jetzt erst so langsam im September bzw. bis Mitte Oktober ausgerollt. Zu Office 365 ATP und den External E-Mail Forwarding Controls hatten wir ja neulich schon mal gesprochen. Das wurde von Microsoft ein bisschen zurückgehalten, weil die da noch ein paar Prüfungen durchführen wollten. Und das ist jetzt abgeschlossen. Das Rollout vom Feature geht weiter und wird dann jetzt in den nächsten Tagen, Wochen in allen Tenants standardmäßig aktiviert. Zur Erinnerung, was das Feature jetzt ist, es geht darum, dass die User keine E-Mail-Weiterleitungsregeln in ihren Postfächern einrichten können, die automatisch E-Mails an externe Empfänger weiterleiten. Falls solche Regeln allerdings schon bestehen, wird die Regel nicht einfach so aktiviert. Zu Microsoft Teams. Die Live Transcription, das Feature hatten wir neulich auch schon drüber gesprochen. Das Rollout verzögert sich auch. Für deutschsprachige Meetings steht das ohnehin noch nicht zur Verfügung. Das heißt, diese Verzögerung trifft jetzt die deutschsprachige Region wahrscheinlich nicht ganz so hart. Der Teams-Client auf macOS wird zukünftig die systemweiten Benachrichtigungen benutzen und nicht mehr das Teams-eigene Benachrichtigungssystem. Beziehungsweise man hat die Wahl. Standardmäßig wird Teams auf Mac trotzdem erstmal weiter die eigenen Benachrichtigungen verwenden. Aber wenn man das als User möchte, dann kann man die Benachrichtigungen umstellen. Und das gleiche auch für Teams am Desktop unter Windows. Dort wird zukünftig dann auch die Option bestehen, die Windows-Benachrichtigungen zu verwenden, anstatt der Teams-eigenen Benachrichtigungen. Wie gesagt, wenn man möchte, kann man es als Benutzer in den Teams-Einstellungen aktivieren. Eine weitere coole Teams-Änderung ist, dass im Teams-Client zukünftig konfiguriert werden kann, ob eine Vorschau einer Chat-Nachricht in der Benachrichtigung mit angezeigt werden soll. Das könnte aus Privatsphäregründen geschehen. Also falls man da Angst hat, dass irgendwelche wichtigen Informationen da angezeigt werden, während man vielleicht eine Bildschirmpräsentation hält oder jemand anderes mit auf den Bildschirm schaut, dann kann man dieses Feature aktivieren und dann sieht man keine Vorschau der Nachricht mehr. Das Feature rollt dann im Oktober aus. Und wieder ein Feature, was von Microsoft jetzt doch noch nicht so schnell ausgerollt wird, ist die Speaker-Attribution in den Live-Captions. Also wenn man diese Live-Untertitel hat, dann sollte eigentlich, wie das hier in dem Screenshot auch zu sehen ist, angezeigt werden, zu welchem Sprecher, zu welchem Teilnehmer im Meeting dieser automatisch generierte Text gehört. Eigentlich ja auch ein ganz cooles Feature, aber wie das nun mal so ist, auch dieses Feature verzögert sich jetzt im Rollout. Da war nämlich ursprünglich August geplant, wird jetzt aber erst im September passieren. Über den Teams App Store ist es möglich, dass ihr als Organisation eigene Apps oder eine eigene App-Sammlung für die Mitarbeiter in eurer Organisation veröffentlicht. Zukünftig wird es da auch möglich sein, da so ein Branding einzuführen, also eigene Bilder und Farben zu konfigurieren. Dafür wird dann im Laufe des Septembers einige neue Optionen unter Teams Apps Customize Store im Teams Admin Center auftauchen. Templates für Microsoft Teams soll es zukünftig auch verstärkt geben. Also grundsätzlich gibt es da schon ein paar Standard Templates, die man auch benutzen kann. Und zukünftig kann man sich auch eigene Templates anlegen in der Organisation, sodass die Benutzer bei der Teams Anlage direkt einer Vorlage entsprechendes Team anlegen können. Als Administrator kann man das dann im Teams Admin Center unter Teams Team Templates verwalten. Und das Feature wird jetzt im Oktober ausgerollt. Und eine weitere kleine Verzögerung bei der Meeting Lobby Policy für Microsoft Teams. Dann kann eingestellt werden, dass nur der Meeting Organizer die Meeting Lobby überspringen kann. Das heißt, dann können andere Teilnehmer, die der gleichen Organisation angehören, auch nicht die Lobby überspringen. Als Meeting Organizer konnte man das ja schon einstellen und zukünftig kann es dann auch einfach tenantweit oder für einen bestimmten Benutzerkreis per Teams Meeting Policy gesetzt werden. Und noch ein cooles Feature für Teams, was jetzt Mitte September bis Ende September ausrollen sollte. Und zwar die Erinnerung, dass ein Meeting sich dem Ende naht. Die Teilnehmer des Meetings werden dann 5 Minuten vor Ende des Meetings mit so einem kleinen Banner darauf hingewiesen, dass das Meeting bald endet. Laut der Ankündigung wird das Banner dann nach 10 Sekunden verschwinden. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich finde es besser, wenn das Banner da länger bleiben würde, bis man es einfach manuell wegklickt. Vielleicht noch mit einem Timer oder so. Das wäre noch ganz nett gewesen. Aber nichtsdestotrotz, coole Änderung. Wenn ihr Jammer und Microsoft Teams im gleichen Tenant verwendet, dann könnt ihr zukünftig über die Jammer Communities App für Microsoft Teams auch Daten in Jammer suchen. Der Vorteil ist natürlich, man muss Teams nicht verlassen, um Dinge in Jammer zu suchen. Und das New Jammer wird auch zukünftig weiter von Microsoft promotet. Das heißt, die Benutzer, die noch das Classic Jammer verwenden, werden da einen Hinweis sehen und können dann halt bei Bedarf auf die moderne Oberfläche wechseln. Das Ganze kann natürlich auch administrativ gesteuert werden. Das heißt, man kann es als Opt-in für die User machen, sodass die dann selbst wechseln können. Wenn man möchte, dass die User schon direkt das neue Jammer erhalten, dann kann man wahlweise einstellen, dass es nur als Default eingestellt wird, aber die User dann noch zurückgehen können ins alte Jammer oder dass die ins neue Jammer kommen, aber nicht mehr zurück können. Also es gibt dann kein Opt-out für die User. Und für Microsoft 365 Admins relevant, die wöchentlichen Message Center E-Mails, die werden zukünftig einen anderen Display Name als Absender haben. Das wird aber alles trotzdem weiter von O365MC at Microsoft.com kommen. Heißt dann nur zukünftig Microsoft 365 Message Center und nicht 365 Service Alert. Was ich ein bisschen komisch finde an der Nachricht, also der Old Sender Display Name 365 Service Alert, das ist nicht unbedingt der Name, von dem ich dann auch die E-Mails bekommen habe, sondern die hießen bei mir vorher Office 365 Message Center. Naja, wie dem auch sei, Microsoft 365 ist ja der aktuelle, der moderne Name für die ganze Cloud-Geschichte, also dann kommen die E-Mails halt von da. Und dann eine weitere Änderung für Admins. Die Service Health Page ist zukünftig konfigurierbar, dass man sich einstellen kann, von welchen Diensten in der Microsoft 365 Cloud man denn hier die Statusnachrichten sehen möchte. Was mich ein bisschen hieran wundert, ich meine, das habe ich eigentlich auch schon länger da, die Funktion, also weiß ich nicht, warum ich da jetzt die Benachrichtigung zusehe. Nun ja, zu SharePoint Online. Das Scheduling, also das zeitlich geplante Veröffentlichen von Seiten und von News Posts, ist jetzt im Targeted Release abgeschlossen, wurde da jetzt vollständig ausgerollt und wird jetzt generell verfügbar sein, beziehungsweise wird jetzt allgemein ausgerollt. Bis Mitte Oktober sollte es dann in allen Tenants verfügbar sein. Das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Ich bin gespannt auf die Ignite 2020, die wird ja diese Woche stattfinden. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann meldet euch da an. Da wird es bestimmt auch noch viele interessante Dinge zu Microsoft 365 geben. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Kommentar da. Ansonsten bis nächste Woche.